Hallo zusammen, mein Name ist Thomas vom Telekom-Hilfteam. Wenn ihr Magenta TV auf eurem Samsung TV oder Android TV nutzen wollt, dann braucht ihr dafür nicht mehr zwingend einen Receiver und wie das funktioniert, zeige ich euch in diesem Video. Wie ihr seht, ich habe hier einen Samsung TV, die Vorgehensweise ist aber für Android TV im Grunde die gleiche. Was ihr noch benötigt, ist ein Telekom Login mit gebuchten Magenta TV Tarif, der die Nutzung zu Hause und unterwegs zulässt. In meinem Fall ist das Magenta TV Smart. Unsere Tarife findet ihr übrigens hier und solltet ihr einen Tarif haben, der die Nutzung unterwegs noch nicht unterstützt, könnt ihr den Tarif dort auch ändern. So und jetzt kommen wir endlich zum Fernseher. Die Magenta TV App läuft auf allen Samsung Geräten mit dem Betriebssystem Tizen von 2017 bis heute. Ansonsten funktioniert es auch auf allen Smart TVs mit Android 7, 8 oder 9. Wir gehen in das Suchmenü vom Fernseher und geben hier im Suchfeld einfach mal Magenta TV ein. Gegebenenfalls wird euch die Magenta TV App auch schon hier auf der Startseite angezeigt. Das spart euch dann die Suche und jetzt legen wir los. Nun habt ihr die Magenta TV App geladen. Wenn ihr sie startet, erscheint dieser Anmeldebildschirm. Hier braucht ihr nun euren Telekom Login. Einfach bei Benutzername eure E-Mail-Adresse eingeben und danach euer Passwort. Ihr seid Festnetzkunde und habt vielleicht noch keinen Telekom Login? Dann könnt ihr euch einfach mit euren Telekom Zugangsdaten, also Zugangsnummer und persönlichem Kennwort einloggen. Wenn ihr euch dann nicht immer neu einloggen wollt, setzt einfach hier den Haken bei Eingeloggt bleiben. Dann geht ihr auf Login und schon geht's los. Magenta TV Smart bietet euch viele Möglichkeiten. Zum einen natürlich erst einmal das Live-Fernsehen. Es gibt über 50 Sender in HD. Ihr wollt euer eigener Programmchef sein? Auch kein Problem, denn ihr habt Zugriff auf die Megathek. Die Mediatheken von zum Beispiel ARD, ZDF und ProSiebenSat1 und Videoload. Beim Fernsehen sind natürlich alle von Magenta TV bekannten Features dabei. Mit Restart könnt ihr ausgewählte Sendungen neu starten, falls ihr zu spät eingeschaltet habt und mit Timeshift könnt ihr laufende Sendungen ganz einfach pausieren. Sogar Aufnahmen sind möglich, denn wir bieten euch 50 Stunden Cloudspeicher für eure Aufnahmen an. Cool, oder? Ihr könnt euch nicht auf ein Programm in der Familie einigen? Macht nichts. Es können drei Nutzer parallel per App auf Magenta TV zugreifen. So einfach ist die Einrichtung der Magenta TV App auf eurem Smart TV. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Fernsehen und bei mir ist jetzt auch langsam Zeit für meine Lieblingsserie. Oder meine. Macht's gut. Ciao. Ciao. Hallo. WDR mediagroup Vielen Dank.